Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, Immobilienverkauf von privat in die GmbH. Ich war am Freitag wieder beim Notar und habe meine zweite Eigentumswohnung privat verkauft, in die GmbH gekauft. Warum ich das tue und was für Vorteile das hat, erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Wie hat die GmbH im Druck gerade angekündigt? Und ordentlich vermietet. Damals hatte ich ja noch nicht so viel Ahnung von Immobilien und habe die Immobilie damals berechnet. Habe gesagt, komm, drei Zimmer, drei Studenten da rein, 700 Euro, 750 Euro Miete. Hatte ich mal so gerechnet und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich ja 650 abzahlen. Dann habe ich einen kleinen Puffer. Habe also über die Jahre da sehr, sehr viel abgezahlt, sodass gerade mal 32.000 Euro übrig geblieben sind. Die Immobilie, je nachdem, wie man sie an dem Standort bewertet, ist natürlich immer die Frage, ob man den Märchenpreisen von Immobilienscout glaubt, ob man eine Ertragswertberechnung und Bewertung macht. Also, ich habe sie einfach mal normalerweise mit 200.000 bewertet. Natürlich sagt die Bank aktuell, wir sehen das ein bisschen anders. Die Bank war bereit, ja, 150.000 dafür zu geben. Und das heißt also, wenn die jetzt für 150.000 in die GmbH verkauft wird, hat man natürlich knapp 118.000 übrig. Mit diesen 118.000 könnte man dann wieder losgehen und quasi neue Immobilien kaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich die Immobilien nicht am Markt verkaufen will. Ist die Frage, würde ich da gerade die 200.000 realisieren oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber mit den Immobilien in dem Haus habe ich die Mehrheit an dem Haus und damit, ja, quasi, ja, gute Möglichkeiten, Beschlüsse durchzusetzen und quasi in dem Haus zu sagen, wo der Weg lang geht. Zusätzlich habe ich gesagt, ich möchte die Wohnung gerne behalten, weil die läuft einfach gut vor sich hin. Die hat wenig, ja, Notwendigkeit für Investitionen. Im gesamten Haus brauchen wir jetzt irgendwann eine Heizung. Das ist leider so. Aber da müssen wir dann jetzt mit einem Energieberater nochmal schauen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich gründe dafür eine GmbH, weil ich möchte die Wohnung behalten. Ich möchte auch das Einkapital rausziehen. Und um das Einkapital rauszuziehen, eben diese GmbH, um jetzt den steuerfreien Gewinn nach zehn Jahren mitzunehmen. Wer weiß, ob es den in zehn Jahren noch gibt. Ich gehe davon aus, dass es den noch gibt. Deswegen kaufe ich auch alle meine Immobilien vorerst immer privat und schaue dann nach zehn Jahren, möchte ich sie behalten. Dann gehen sie in die GmbH. Möchte ich sie nicht behalten, würde ich sie verkaufen. In dem Fall geht es in die GmbH. Die Vorteile dabei. A, man kann jetzt schon mal das Einkapital rausziehen. B, ich habe weiterhin die Mehrheit dort. C, in der GmbH fallen nur 15 Prozent Steuern an. Das heißt also, in der GmbH ist es weniger mit Steuern belastet, wenn man das Geld da drin ist. Wenn man das Geld aus der GmbH rausholt, fallen in der Regel auch 25 Prozent Steuern an, sodass man dann fast wieder bei 40 wäre. Dann würde es sich also nicht lohnen, im Gegensatz zu dem, was ich privat mache, wenn ich privat kaufe und dort höhere Abschreibungen durch Restnutzungsdauergutachten erstellen lasse. Trotzdem sage ich, okay, dort bleibt die Immobilie gut. Und jetzt natürlich noch die Frage, weil die GmbH natürlich eine juristisch eigene Person ist und ich, wenn ich privat in die GmbH verkaufe, ja, normalerweise Grunderwerbsteuer zahlen muss. Das heißt also, auf den Kaufpreis muss man dann eine Grunderwerbsteuer zahlen von 5 Prozent bei uns hier in Niedersachsen. Wären dementsprechend bei 150.000 irgendwie 7.500, wenn man sie mit 200.000 bewertet, sogar 10.000, die möchte man in der Regel natürlich vermeiden. Um das zu vermeiden, gibt es eine besondere Vorgehensweise. Das heißt, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, ich habe das, glaube ich, irgendwo bei den Jungs von Immocation gelesen, dass man dort mit einem, ja, Betrag, der größer sein sollte als, ja, quasi eine Schenkung. Man sagte einmal, es sollte ungefähr bei 10 Prozent liegen. Es gab irgendwie Urteile mit 9,1 Prozent, die schon durchgegangen sind. Das heißt, man reduziert den Betrag dort auf mindestens 10 Prozent, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei der GmbH, bei der ersten Wohnung, die ich in der GmbH verkauft habe, habe ich das schon gemacht, von 150.000 auf 15.000. Und dann aktiviert man hinterher als stille Einlage quasi wieder die Immobilie in der GmbH. Da gibt es verschiedene Varianten. Das lasse ich auch mit einem Steuerberater machen. Das mache ich nicht selber. Und dann kann man das, ja, entweder, erst mal, wenn es Geld er braucht, über ein Darlehen sich wieder raus. Und ansonsten muss man, glaube ich, ein Jahr mit der Auszahlung warten. Da gibt es verschiedene Varianten. Und das heißt für mich, dass ich die Immobilie jetzt für einen geringeren Wert von 20.000 verkauft habe und darauf dann eben nur 1.000 Euro Grunderwerbsteuer zahle und nicht 10.000. Das heißt, man kann die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer dort um circa 90 Prozent reduzieren und hat dann trotzdem den höheren Wert hinterher, den man wieder aus der GmbH ziehen kann. Ich will jetzt hier keine steuerliche Beratung machen. Wenn du da Interesse dran hast, zu wissen, wie das genauer geht, gibt es das mit Sicherheit bei Immocation. Aber ansonsten kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme da natürlich keine Haftung oder Gewährleistung für. Aber bei mir ist es jetzt so, dass es da auf jeden Fall noch läuft. Das dauert auch ein wenig, bis das dann alles immer umgesetzt ist. Die Immobilie ist jetzt, wie gesagt, Freitag verkauft worden und soll jetzt Mitte Mai dann an die GmbH übertragen werden, wenn die alle schnell genug mit der Eintragung sind. Das dauert nämlich aktuell wirklich ewig. Mein Haus, was ich zum 1. Januar dieses Jahr gekauft habe, ist immer noch nicht eingetragen. Das heißt also, für die Mieter ist das schwierig, weil ich kann denen gerade gar kein neuer Mieter kommt und das unterschrieben haben will, muss jetzt eigentlich der alte Besitzer noch die Mieterbescheinigung ausfüllen. Und jetzt warten wir wirklich jeden Tag darauf, dass das endlich durchgeführt wird. Das Gleiche gilt dann auch für die Versicherung. Das heißt, auch die Versicherung muss aktuell noch weiter auf den alten Eigentümer laufen. Ich zahle die dann einfach, aber so sieht es da aktuell aus. Ja, das ist das, was mich hier aktuell beschäftigt. Meine Wohnung auf Madeira, mein erstes Fix-and-Flip-Objekt, ist jetzt seit letzter Woche auch in der Vermietung. Das heißt, ich habe mich da entschieden, der Vermietung zu machen, bis das Ganze dann auch wirklich zum Verkauf kommt. Das heißt, ich habe mich da kurzfristig geeinigt, mit einem Mieter zu sagen, okay, innerhalb von einem Monat musst du ausziehen, wenn ich einen Käufer gefunden habe. Aber aktuell war bisher erst eine Besichtigung. Ich muss mal sehen, ob ich das noch ein bisschen mehr bewerben kann. Die Wohnung ist auf jeden Fall wirklich schick geworden und ich bin gespannt, wie es dort läuft. Und dann bin ich jetzt auf jeden Fall weiterhin auf der Suche nach einem schönen, großen Mehrfamilienhaus in Osnabrück. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn du irgendwas hörst, beißt, dass da was zum Verkauf ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht, da bin ich wirklich auf der Suche, noch etwas zu kaufen. Ansonsten natürlich immer wieder in Madeira, auf Madeira, auch auf der Suche, dort neue Immobilien-Deals zu finden. Auch inzwischen, die Installation schreitet voran in meinem Haus. Das heißt, da sind jetzt wieder Duschen installiert worden, Toiletten und so weiter und so fort. Der Boden ist inzwischen gelegt und das heißt, auch dort werden wir jetzt zeitnah fertig. Das Projekt ist wieder im Approval für die Baugenehmigung und dann kommt jetzt noch eine Abnahme. Und dann hoffe ich, dass das auch wirklich dort im Mai durchgeht. Und dann müsste ich auch dort eine Nachbelage machen, weil, wie ihr wisst, ist da sehr viel Eigenkapital reingeflossen. Und sobald ich das dann wieder rausziehen kann, dann kann ich sogar noch mehr Häuser kaufen. Und da bin ich gespannt, was dieses Jahr noch alles passiert. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere hier gerne meinen Kanal. Dann wirst du über neue Videos immer als erstes wieder informiert. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Bis dann, alles Gute, Dennis von dem Incubator. Ciao, ciao.